Dinger fahren immer weiter aus und dann sieht irgendwie lustig aus. Auch mein neues MG. Wo ist sie? Habe sie weggeworfen. Ich hätte jetzt noch Schilder, ne? Ich kann dir vorlesen, wenn du willst, oder? Ja, warte mal, ich leg sie alle mal auf dem Boden und dann können wir ja vergleichen. Der war am besten, glaube ich, für mich. Der Blast Proof Schild. Der hier. Welcher? Reduzierten Schaden für Explosionen, das wäre aber auch wichtig für mich. Aber ich will was mit Nova Schaden haben. Kann ich gerne meinen geben, der hat Nova Schaden. Zeig mal. Mal kurz mal, ich hebe sie mal kurz auf. Dann kann ich die drei verkaufen. Ich will wirklich unbedingt einen mit Nova Schaden haben. Wenn ich verrecke, dann lädt der sich einmal wieder auf. Dann kriegen die dann automatisch damage. So bitte, haben rausgeworfen. Okay, der ist dezent viel besser. Es ist ein guter Tag. Ah! Der hat vorhin so einen Bullimon getroppt. Ja, Alter, der hat 2300 Schild mehr und 2000 Nova Schaden mehr. Bessere Ladegeschwindigkeit, Ladeverzögerung. Außer im Nova Radius, aber darauf kann ich verzichten, Alter. Lauf mal los, ne? Au, boah! Team Magazingröße, soll ich das reinmachen? Für Bock hast du? Oh, Wasser! Ladegeschwindigkeit Magazingröße. Dann haben wir beide mehr Magazin, wa? So machen. Ich hätte halt... Da würde nicht nur mir was bringen, sondern auch dir. Ich hab ja, was hab ich mal da drin? Ähm... Ja, komm. Die maximale Gesundheit und Magazingröße drin, ich kann aber meine Ding noch boosten. Ladegeschwindigkeit ist um 20% und dann verringert. Wenn Team Uplinkzeit runter setzen um 15%, kann ich dich noch schneller ähm... retzen. Achso. Ja. Ich muss kurz was checken. Sag Bescheid und du fertig, bis ich renne schon mal zurück. Äh, lol. Ich glaub, ich hab Skill-Punkte verloren. Warte mal. Nein, hast du nicht. Du hattest auf deinem... Auf deinem Mod von dir hattest du drauf, dass es deinen Skill erhöht. Ja, um drei. Ich hab die drei Punkte jetzt aber nicht mehr. Ja klar, weil die auf den Mod gebunden waren. Ja... Wenn du den Mod rausnimmst, dann die Punkte weg. Ah, muss ich hier neue Dingsen, damit ich die wieder krieg. Du, wenn die über fünf rausgehen, bringt's dir gar nichts. Ja, aber ich meine, ich muss jetzt meine... ...mich neu... ...neue... ...die Punkte wieder zurücksetzen, damit ich sie wieder neu machen kann. Das meine ich damit. Das ist der Red-Deaf-Feed-Mongo halt einfach... ...ohne mich hier vor, ne? Lässt mich hier einfach ganz alleine. Und? Ja, geschieht dir recht. Also du eine Hilfe brauchst, ne? Ne, ich brauch keine Hilfe. Ich lebe wieder. Ich bin gleich wieder voll. Ja, ich guck grad zu, deswegen. Ich versuch jetzt mehr auszuweichen. So, läuft. Das war richtig geil, ne? Gegen die Bulli-Mongs hab ich schon keinen Schaden gekriegt. Ey, Nico. Ähm... Sobald, nachdem ich einen gekillt hab... ...bekomme ich zwölf Sekunden lang Live-Regeneration, wie soll. Ähm... Wenn ich einen ins Facelock nehm, bekomme ich Live-Regie. Sobald ich, ähm, unter 50%... Ne, je weniger Live ich hab, desto stärker wird meine normale Live-Regie. Und, äh... Ja. Sobald ich auf eine Schließ ziehe, krieg ich sowieso Leben dazu. Ja, also im Grunde... ...kriegst du permanent irgendwie Leben dazu. Ja. Keiner weiß wie, aber du kriegst Leben dazu. Killen wir? Killen wir. Die ruhig lustig aus, wie du von denen mal wegrenzt. Haben wir... 30.000er Hit. Oh, Bulli-Mong. Bulli-Mu. Bulli-Mong. High-Nu. Ah, Highlander. Gern geschehen. Ich bin der Highlander, Digga. Jetzt ein Zug-Millionäre nachts im Park, denn ich habe mehr Geld als Tony Stark. Ich kenne keine Grenzen, so wie Immigranten. Der war noch schlechter. Der war jetzt echt richtig scheiße. Hammergeil, nachladen. Shotgun-Zwerg, ey. Säure ist ja schon mies, ne? Hast du die Säure-Sniper von mir? Ne. Ich habe die Säure-SMG. Ah. Eigentlich sind das nur Paintballs, die ich gerade verschieße. Mit Säure gefüllt halt. Warum greifen die alle mich an? Ich bin nur wieder zweimal verrecken oder so. Bist du ein Mongo, ey, ernsthaft? Ich bin 100% sicher, du wolltest mich da betreffen. Halt! Diko, würde ich sowas jemals nur suchen. Ja, hast du schon. Da rennt dein auf mich zu. Sieht vertrauenswürdig aus. Digga, mit dem MG triffe ich so nicht auf Entfernung. Potts ist resistent gegen... Der echte Säure-Gran hat ihn in die Fresse geschmissen. Spack. Ja, nicht gemerkt. Wollte ich schon sagen, Alter kriegst du den nicht. Wie kacke bist du. Dank ist der resistent gegen den gegen Säure-Fracke aufzuschallen. Boah, guck mal, Alter kotzt mich jetzt an, dass wir so lange brauchen. Alter, MG ist so dermaßen ungenau. Da sind alle weg. Nice one. Dann geh mal abgeben, ne? Dreh dich mal um. Oh, nett. Das wären insgesamt, äh... 54.000, äh, 54.000 Hate gewesen. Alter, hast du dir deine Granate schon mal gegeben? Ja. Die saugt das alle an und fickt sie dann weg. Die sieht ziemlich nice aus. Aber ich find meine geiler. Einfach weil sie, äh, kolossal mehr Schaden macht. Millionen Dank Kammerjägern. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus. Die Sniper macht 2722. Und 180% Crit-Treffer-Schaden. Ich hab nen Kopf freigeschaltet. Willst du denn Sniper wieder haben? Nö, ich Sniper doch nicht. Willst du, äh, äh, hier hab ich nen Kopf für dich, wenn du willst. Äh, pff, ich überleg grad, ob ich nen Sniper nehme oder nicht. Ich spiel jetzt mit zwei Sniper. Ja, doch, doch, komm. Baller mir, äh, oder hast du noch einen übrig? Ich kann nicht, ja. Hm. Warst du nicht? Geh mal auf an deine Belohnung rein, hast du auch einen bekommen. Nee, die kriegt immer nur einer von uns. Ich hab nen Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Reifen, die Jack im Klitsch auflegt. Jetzt fehlt mich, dass wir nicht bei mehreren Stunden am Stehen. Äh. Julian? Ja? Wie heißt deine 3000er Sniper nochmal? Na 2000? Äh. Tumtum. Jaup. Guck dir mal die hier an. Jack wird uns bezahlen und ich spiel hässchen Hüpf auf deinem Brust, Carsten. Pauschen mal? Ja, ungefähr. Läuft, wa? Easy. Einmal die 3K-Sniper aufheben. Alter, sieht die nice aus. Auf geht's würde ich sagen, ne? Auf geht's. Oder kurz noch andere Quest? Nee, wir haben alles abgeschlossen. Japp. Boah, wir sind voll die guten Handlanger. Besten Handlanger aller Zeiten. Das sind wir. Team Brainless. Uh. Los, schnapp sie dir. Und? Wie war dein Tag, Schauer? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey. Jetzt wollte ich machen. 21k. Ach, 18k. Ah, ich kann wieder Snipern. Boah, Alter. No-Scope ist viel geiler. Oh, Alter. Der Gepanzer der Psycho hält aus, Alter. Der Freak auch. Der meinte ich, glaube ich gerade. Gib den mir klapp, klapp, der sitzt in Deckung. Was ist denn der? Ja. Direkt vorne an dem Balken. Nice. Was ist das? Das waren Menschen mit Familie und Freunden und Bär haben wir noch nie. Scheiß auf die Kissen. Merkst du was, Nico? Das Video ist viel geiler, wenn man auf die Lächer hört. Ich zermatre mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen, aber das ist irgendwie puretär. Wie wärs mit Arschgaul? Äh, das ist noch übler. Ich glaube, ich denk noch etwas drüber nach. Ja, mein Arschgaul. Das lustige ist ja, weißt du, die ganze Scheiß haben wir ja schon mal angehört, ne? Ja klar, nur du hast es nie mitbekommen. Nee. Oh. Ja, Snippernpock doch ein wenig. Ey, der gepanzert, ey. Der geht mega auf die Eier. Boah, f*** dich, Alter. Schrotzen-Style! Ich hab grad im Schuss eine reingedrückt und nicht geheilt damit. Ja? Nehm ans Iridium neben dir auf. Ja, ja. Kurz mal runterkucken und aufnehmen wir. So, das hier ist ne... Guck mal, guck mal, Outlaw Executioner. Sowas ist ne Granate, nicht eine kleine Pussygranate, ey. Was sagst du? No Scope-Style. No Scope-Style. Oh, looten. Du bist ein Wichser, Nico. Ich hol dich. Du bist fünfmal gestorben. Gern geschehen. Oh, oh, oh. Granate. Danke. Weg hier, weg hier, weg hier! Und die Kiste da oben. Nein! Hab sie. Und was ist drin? Raketenwerfer. Mit 12.000! Hab'n so'n Raketenwerfer. Wie viel zieht er? 12.700. Äh, insgesamt? Oder? Ja, insgesamt. Meine macht 15.000. Scheiße. Alter. Guck dir mal meine an. Warte mal, guck dir mal kurz an. Egal, ich nehm den mal, weil der macht nur eine Rakete. Ne, warte. Guck dir mal kurz meine an. Ja? Ja, ganz nett. Ja, ganz nett war es halt einmal 30.000. Ey, auf geht's. Boah, Boom and Beam sind dran, ne? Sie durften gleich dran sein. Hey, jetzt sollte was klarstellen, das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe. Du hast mit meiner Schaufel, das verlebt. Du hast mit meiner Schaufel. Du hast mit meiner Schaufel. Du hast mit meinem Schaufel. Du hast mit meinem Schaufel. Weißt du was sie? Wir sind so ein Schaufel. Wir sind so ein Schaufel. Lohol. Wasse g- Hm, wie sind sie? Ach, Schaul sagt hallo. Ich bin runtergefallen. Schkaul. Oh. Ich fand, mein Röps hat perfekt gepasst. Ja, hat er echt. Du hast gerade einen Eingang. Ich mach Boom, ne? Ich muss echt zurücklaufen, ne? Aua. 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 Bis gleich, dass ich dich nicht retten kann gerade. Ja, ich rette mich selber. Ich kill kurz Boom. Ich spreche nicht von retten. Ja, ich kill kurz Boom. Boom ist tot. Ich mach Dream ist übrig. Boom lebt noch. Boah, Alter, keine Ahnung. Einer von beiden ist halt tot. Oh. 25k. Ich muss sagen, ich bin doch ein ziemlich guter Sniper geworden. Seit never. Digga, ich geh grad fast drauf. Kein Problem. Ich hab dich dich.